Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie Lust, mal eine Literaturnobelpreisträgerin kennenzulernen? Dann sollten Sie unbedingt nach Unna kommen. Wir als Kulturbereich der Kreisstadt Unna freuen uns, dass Olga Torkatschuk unserer Einladung gefolgt ist. Sie nimmt mit einer Exklusivlesung am Festival Europa-Westfalen teil und kommt hier an den Hellweg, der ja eine der ältesten und wichtigsten Handelsstraßen Europas ist. Olga Torkatschuk ist eine der bedeutendsten Autoren der Gegenwart und sie erhielt 2019 den Literaturnobelpreis. Den Schwerpunkt des Abends bildet ihr druckfrischer Essayband Übungen im Fremdsein. Hierin erzählt sie in einer faszinierenden Art und Weise über die Welt, in der wir leben. Gemeinsam mit der Journalistin und Dolmetscherin Olga Mannheimer spricht die Autorin über aktuelle Debatten und Diskurse rund um das Thema Europa. Kommen Sie gerne vorbei und erleben Sie einen faszinierenden Abend. Wir freuen uns auf Sie!